aber ich kann es noch meine eigene Leute aktivieren also auf dich so höchstens so ich habe etwas gekriegt was so für andere Leute da ist und für mich selber ah ok aber auch das bringt Leichen zur Explosion die verursachen Schaden bei Gegnern ach so wenn ich Leute gekillt habe als wenn so ganz viele Haufen aufeinander sind bräuchte ein Killen dann das aktivieren dann fertig ja ich die hat dort er gibt es ja so man kann sehen und es das habe ich gesagt ich 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 und die Kraft so und schon wieder daran ein Sturm aber was mit der Kürzler später schon mehr kommt ein Führer von uns so ein Ding mit okay ich denke mal ich Jogi ich glaube ich bin hier durch bei den Händen also was habe ich jetzt 6200 1 8 die 6.900 1 8 zu schluss zu lesen man hat schon einen Rösser 6.200 1 8 ich bin ja auch schon mal wieder anfangs nur 3.000 Euro er hat Sankt die Mönchengladung wenn wir es wieder so was zum Reingehen wo ist was zum Reingehen und dann die Mühlen haben und nicht mehr ich bin jetzt nicht relativ weit weg du bist relativ weit weg die Magen und statt schon werden weil sie schon aus kommen und wenn nicht so ist ich halte nicht so schnell und er hat er hat er hat meint er karakter gespeichert hat man den standen nicht nachdem er kann das heißt nicht gespeichert hier sind Stiefel für dich ja ok kannst du gebrauchen? du siehst doch wenn du mit der Maust drüber gehst du musst du nicht direkt aussammeln Entschuldigung Datenstiefel der Vergeltung Warte mal Schrecklich Na ok ich dachte schon, mein Pferd brot sich jetzt hier in der Zahl Ne, ich behalte die, die ich habe, weil die, die ich habe, die haben ähm äh Alter ok äh ja die, 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 äh 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 nochmal wieder ok jetzt hier zack und jetzt die Leiche Uff aber aber erstmal alles drauf was für ihn wach 8 ich brauche Gold 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 Alter muss so gucken ob noch was da ist gegen Level 8 Kanzler er fängt an den Echthemen Arschloch wo 203 Gold Arter das war es nicht so aber Prozent ab aber Prozent der werden muss ausstattet der Kämpfe muss ausstattet er ist meinst du und ein ich kann nicht so ganz sehr gut wenn man nicht so weit was für ein schöner was für ein schöner abgang er ist ja auch irgendwie ein Arschloch und er ist aber er was amt ohne nennen 19 13... nein 43 gold hab mal fest durch dich hab ich gerade 43 gold bekommen na süß lol ja ich habe gar nichts raus aber mehr bei mir auch nicht so muss raus aber dann ist man dort ich habe hier so ein Relikt wenn wir lesen das Feuer die Lichter des Feuers Rüstung 13 mitzuhaben äh, leg mal raus, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, ich hab noch nicht sehen, aber ich komm ganz so links für deine göttliche Fähigkeit. Jaja, hab ich schon, ich hab eine Reliquie des Feuers 12. Ja, ich geb dir einfach mal Rüstung 13 bringen. Rüstung 13, es gab. Ich bin ja währenddessen alles weiter, ne? Und hat, und hat wir schaffte Sinner, obwohl der Beutelstrecke ist, aber in Verzöpfungstatten sind. Das war mal wieder fette Wolken. Ah, hab ich dir getan? Das war mal wieder fette Wolken. Das war mal 438. Gold. Ich glaube, ich glaube, 3 oder 3 mal 20 Gold. Eikhafs mit einer magischen Perle. hier liegt noch was für dich, hier liegt noch was für dich in zwei Händer, 31 bis 40 Scharn ich kann den jetzt aufnehmen also komm schnell was 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 heißt Bobo, Alter, echt? Bobo, Vorster Schäfer, du darfst das auch mal oder beides sag ich hier hinten auch noch mal hinter mir Buchhaus Grachaus so war doch mal ganz kurz bitte, ich würde mal kurz gucken, dass ich die komischen Reliquien ja, mach mal ich glaube mal so lange weiter, ne? Kustum 12, 3, 1, 1, ich glaube so lange mal alles Kustum 13 so, man kann mal die Reliquien des Prostes Handel plus Eins kamer Commander Kramer Kramer Kammer Tamar Ampast sworn so haben das haben sie noch mehr recht treiben mit mir zurück aber geil Reliquie des Frostes Rüstung 18 und Handel plus eins aber man die eigentlich noch irgendwo entsetzen und und links her und was ist und rechts kommen wenn du eh drückst unten ganz unten die Dinger um zum Beispiel ist bei mir sei Seelenfängern dahinter steht in Klammern hoch und das ist also da wo in Klammern hoch hinter steht kommt der hinten links beiden und rechts rein ich bin seit drei Stunden ja meins macht ähm meins ist das wo ich hier die ganze Zeit das was ich über mir habe ja das heißt für jede Seele die da kommt kriege ich Regeneration Zeit aller Kampfkünste plus 27,2% d und das ist die 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 die